Jojo, ihr Zocker, willkommen zurück bei Ratchet & Clank auf dem Planeten Oltanis und das von ganz Anfang an und warum, das seht ihr jetzt in einem ganzen kurzen, unkommentierten Beitrag, den ich jetzt einspiele. Wow, natürlich. Ihr habt doch einen Schatten. Nein, 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 nein Ja, ich bin gestorben an dieser Stelle, ich habe da kommentiert, eigentlich ursprünglich, aber, ähm, ja, die Stelle hat mich ein bisschen gefrustet und dann habe ich die Tonspur gelöscht, egal, scheiße, kann man, kann man hier jetzt rüber oder was, oder, ich will einfach nur wieder dahin, wo wir waren, ach man, ey, ist das ätzend, äh, wo sind wir hier überhaupt? Hier waren wir doch, hier waren wir doch, doch, hier waren wir am Anfang, okay, gucken wir mal, was wir so verbraten haben bei Gettetron Händler, äh, Verwüstermunition werden wir, glaube ich, auch brauchen, immer mal wieder, einmal voll kaufen, Wisi-Bombenwerfer haben wir fünf verbraten, kaufen wir auch voll, hier brauchen wir nämlich schweres Geschütz auf diesem Planeten, Ähm, Blaster, könnte nicht schaden, den haben wir gar nicht im Einsatz gehabt, den auch nicht, äh, Abwehrdrohnen, ich glaube, vielleicht hilft uns hier wirklich, vielleicht hilft uns hier wirklich eine neue Waffe, die Stromklaue 30.000, ey, die würde ich gerne haben, ich weiß nicht, was die Abwehrdrohnen machen und was der Köderhandschuh macht, ehrlich gesagt, Ja, irgendwas sagt mir, dass wir vielleicht die Abwehrdrohnen kaufen sollten, ähm, gucken wir mal, äh, ja, okay, geil, zum Glück sind das nicht Sternchen, was wir sehen, okay, starten wir den Part. Also, den ganzen Spaß nur mal von vorne, ohne den guten Clank, äh, ich weiß gar nicht mehr, welchen Weg wir genommen haben, ich hab hier eine kleine Pause gemacht, Die Plattform kippt die? Ne, das kam mir gerade so vor, ey. Ach ja, für den Weg haben wir uns ja dann nicht entschieden, aber vielleicht müssen wir den nehmen, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Das ist dieser Weg dorthin, da sind wir ja schon gelang gegangen und wir sind auch schon mal darüber geflogen. Dann standen wir an dieser Stelle da und sind verreckt. Das führt uns aber zu diesem Fragezeichen und dann kommen wir dahin zurück zum Start. Ja, Leute, ich glaube, wir müssen diesen Weg nochmal gehen. Äh, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Wir kommen hier nochmal zurück. Alter, diese Dinger, äh, vielleicht sind die gut, aber irgendwie nerven sie auch. So, wir haben hier jetzt die Abwehr. Hallo? Abwehrdrohnen haben wir da. Wie sie Bombenwerfer verwüster, rüste ich mal wieder aus. Wobei, wir brauchen auch... Äh, Alter! Alter, fängt ja schon gut an, ey. Kack, kack, ey. Ich bin der Held. Jetzt hab ich nicht aufgepasst, jetzt wollte ich ins Menü gucken. Die dürfen uns ja nicht entdecken, so wie ich das mitbekommen habe. Die Frage ist aber, müssen wir denn jetzt zwei Verwüster reinknallen oder... Haben wir den Verwüster? Äh, den Blaster... Müssen wir den zwei Verwüster reinknallen oder geht das mit dem Blaster hier auch? Die... Ja, oh, oh. Ich hoffe nicht, die schießen. Okay, die schießen nicht ganz hier durch. So, also die lösen immer irgendwelche Schussanlagen aus. Das ist mir jetzt auch schon klar. Also, die gehen mir auf den Sack. Diese Schussanlagen sind echt das größte Problem hier an dieser Stelle. Und jetzt komm ich nur mit dem Verwüster weiter. Alter. Wie viele braucht ihr das Ding? Zwei. Ja. Ändert aber nichts daran, dass die Schussanlagen jetzt aktiv sind. Ach du, Kacke. Können wir ja trotzdem einen Weitsprung machen? Ach, wenn man weg geht? Scheiße. Ne, Weitsprung ist nicht wirklich. So, jetzt überschneiden die sich. Jetzt gehen die beide zurück. Lauf, 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 lauf. Müsste gehen, ne? Müsste gehen. Müsste gehen. Der Lau... Alter. Hey! Ich krieg's nicht hin. Alter, ich check's nicht. Ist das ne Kacke hier, ey? Jaha, natürlich ist das Ding direkt wach. Können wir denn hier auch vorbeilaufen, ohne dass wir dieses Teil aktivieren? Das leuchtet ja nur auf den Steg, ne? Das leuchtet immer auf den Steg. Ne, da können wir nichts machen. Ja, komm. Vergiss es. Was für ein Kack. Ich kann doch hier nicht... Ich kann doch hier nicht ewig die, äh... Nein! Ich brauche nicht auch zwei. Äh, es gibt's doch nicht. Ich kann doch nicht ewig hier die ganzen Verwüste-Raketen verbraten. Dafür haben wir jetzt viel zu wenig, äh... Munitionshändler hier. Nur den am... Am Anfang. Drohnenhandschuhe. Bulle! Alter. Lass... Lass mich in Ruhe. Schnauze. Abwehrdrohnen. Wie schießt man die denn? Die muss man schießen, ne? Ich meine... Ich glaube, ich weiß, wie man die schießt, aber... Hä? Ne. Die Abwehrdrohnen sind einfach schon aktiv. So. Das heißt... Wir müssen da hinten die Zentrale irgendwie noch kaputt machen. Alter. Warum kommt die denn aus dem Boden? Hört auf! Wieso spawnen die hier? Hä? Hört auf! Ach, da oben ist der! Alter, ich... Ich hasse diesen Planeten jetzt schon, ne? Schnauze, Mann! Kommt her, bevor die uns den Rücken fallen. Boah, ne, ich... Äh... Äh! Ey, das kann doch nicht... Das kann doch nicht ernst sein. Wir kommen jetzt her. Hier ist doch kein Spawner mehr. Geht ihr mir auf den Sack? Der ganze Planet geht mir auf den Sack. Wir haben so gut wie keine Munition mehr für den Verwüster. Alles schon verbraten. Sonst habt ihr keine Probleme da oben, ne? Scheiße, Kack, ey. So. Ich musste kurz zögern, weil irgendwie... Hatte ich gerade wieder einen kleinen Bild aussetzt. Dann manchmal spielt mein HDMI-Kabel am Monitor. Ey, ganz ehrlich... Ja, ich weiß, wie wir die Stelle hier letztens, ähm... Gelöst haben, aber, ähm... Das war wieder zu knapp, ne? Ach, Mann. Das Problem ist, ich kriege das Ding nicht rechtzeitig runtergelenkt. So, eine ist weg. Uh! Zwei ist weg. Jetzt haben wir wenigstens etwas Ruhe. Und wir verbraten so dermaßen unsere Munition. Oh, Mann, oh, Mann. Na, komm her. Tut mir auch für euch leid, dass ihr das Ganze nochmal sehen müsst. Müsst ihr halt meine Fails mit ertragen, alle. Ja, ist wenigstens etwas. Ja, danke für die Wüster-Munition. Super. Toll. Soll aber wenigstens ein paar bekommen. Und ich freu mich schon... Oh Gott, sind die nah. Und da sind die, äh... Schussanlagen. Ich weiß nicht, wie man hier durchs soll, ehrlich gesagt. Sobald ich mich hier hinstelle, bin ich doch gearscht, oder? Wow, ist das knapp. Nur fünf Stück. Äh, 15. 15. Kriegen wir den? Nein. Schießen die bis hier her? Oh! Okay, wenn ich mich recht entsinne, müsste hier eine Lücke etwa sein. Alter, diese Lücke ist aber superknapp. So ziemlich in der Mitte. Ohohohohohoho! Ein Stück rüber? Ich weiß es nicht. Wir könnten es probieren, aber ich glaube nicht. Sobald wir ein... Einmal mit dem dicken Zeh nach vorne gehen, sind wir, glaube ich, gearscht. Kann ich mich eigentlich fallen lassen? Das ist zu nah Scheiße, ey Ja, ich sehe hier die Lösung Aber ich frage mich echt, ob das Der richtige Weg ist Ganz ehrlich Ich bin ein bisschen überfragt Ich weiß nicht, ob wir die Rakete Rechtzeitig hochbekommen, wenn wir die hier abschießen Alter Ich muss zurück Das Ding ist so kacke zu steuern Eins weniger Ja, natürlich bist du jetzt da oben aktiviert Das kann doch nicht die richtige Lösung sein hier Okay, beim nächsten Mal weiß ich auf jeden Fall Das erste Ja, warum ist das denn jetzt alarmiert? Ne, komm ey Ey, nur weil ich mich einmal angebumst habe Hätten wir den ersten zuerst hier ausgeschaltet Dann hätten wir hier am Anfang das Problem nicht Wobei ich sehe gerade, eine Schussanlage ist mit draufgegangen Das heißt, wir haben hier eine Lücke Ja, hier ist eine Lücke Ruhe Wo ist das? Wo ist das? Scheiße Halt's Maul Geht ihr mir auf den Sack, ey So, hier sind jetzt aber keine Teile mehr, ne? Außer die hier Nein Doch, da hinten sind noch welche Da kommen noch zwei raus Also schießen wir das Ding auch noch ab Triff Oh, oh Hinten die Dinger sind hochgefahren Aber sie schießen noch nicht Aber sie werden jetzt schießen wahrscheinlich, ne? Ey, ich hab keinen Bock wieder Energie zu verlieren Ist das Problem? Scheiße Seht ihr, das meine ich Hallo Controller Kaputt Ja, beide kaputt Alter, Alter Ey, dieser Level, ne? Ich hasse ihn Ich hasse diese Situation Hab ich das schon gesagt Ich glaube, ihr werdet das im nächsten Part noch mehrmals von mir hören Wenn wir mich jetzt verrecken wieder Auch da hinten noch Diese Kackstelle kommt ja auch noch Wenn wir jetzt verrecken Dann starten wir wieder ganz vorne mit Monster Reset Dafür hasse ich dieses Spiel, ehrlich gesagt Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es jetzt gerade mit unserer Verwüster Munition steht Nein, in die Mitte können wir eh nicht rein Können wir hier sonst irgendwo was drüber machen? Ne Huch Da stand ich falsch rum Hab ich nichts ausgelöst Noch eine Runde Es ist ja so schön Es ist ja so schön Wir können so schön rumfahren So Und jetzt mit dem Schwunghaken hier mal eben Oder auch nicht Was? Ich war gerade nicht im Mikro War irgendwas? Oh nein Mein Bild fällt wieder aus Ich muss hier vorsichtig sein Ich drehe hier mal auf ein Kabel rauf Da habe ich kein Bild für zwei Sekunden So, jetzt aber Alter Warum mache ich nichts? Ich dachte, das geht von hier Schwunghaken Hab ich doch ausgewählt Oder muss ich rüberspringen? Ne, ich muss doch nicht rüberspringen Muss ich nie Es ging immer von der Position aus Hier, Schwunghaken Und Hallo Oh, hab ich das gesehen Ja, und hier Ich ganz ehrlich Ähm Verwüster Super Nur noch Vier Blaster Und ihr wisst ja aus dem letzten Part Die schießen bis etwa hier Ich weiß daher gar nicht Alter Die kriege ich mit dem Blaster sowieso nicht Kann sich knicken Sobald ich die aktiviere Verwüsterst Hier, super Sobald ich die aktiviere Kann mir ausgeschissen Wir werden so gerade nicht getroffen Ne Nö Soviel dazu Ich schieße die am Boden jetzt einfach ab So Ne, Moment Da hinten ist noch eine Ne Die kann mir nämlich zum Verhängnis werden Ja Alter Ich komm noch nicht hin Super Ich schieße trotzdem mal in die Ecke Gucken was passiert Ich hab keine Munition mehr Alter Jetzt wie diese Rakete dahin zu fliegen Gut Eins weniger Zwei weniger Und um die Ecke fliegen Ist allerdings ein Problem So die kreuzen sich nur bis da vorne Die müssten wir so kriegen Seidem Die Dinger da oben greifen auch an Das hab ich noch gar nicht getestet Ehrlich gesagt Komm Der Treffer muss schon sitzen Fly Jetzt sind wir weg Alter Endlich Ruhe hier So die Dinger da oben Machen jetzt aber nix Oder Äh Bisschen mehr Muni Und an der Stelle bin ich gestorben Beim letzten Mal Aber wir gehen noch weiter Wenn der Part jetzt was länger wird Mir egal Scheiße Jetzt bitte nicht abkrachen Ich bin hier letztens gestorben Und da hinten ist unser Raum Und da hinten ist auch unser Ziel Wir können nicht so hoch springen Ist das Problem Achja und die bewegen sich ja auch noch Nein Alter das war das Problem Ich hab's eben noch geguckt selber Warum ich hier verreckt bin Nein Alter Nicht nochmal Gehst du mir auf den Sack Ich hätte das Ding natürlich abschießen können Ich depp Noch hab ich hier so ein Steuerbombchen So Alter Falter So und nu Hä Wo müssen wir hin Hä Ich seh kein Ziel Ehrlich gesagt Da kann ich ja Da kann ich rüber Geht das Das ist doch viel zu weit weg Wie soll denn das gehen Das schaffe ich doch gar nicht Alter Nein Was macht der Kackt die Wand an Nee Du hast doch einen Schatten Alter Ihr wollt mich verarschen Leute ich verspare euch das Ganze Im nächsten Part Stehen wir an der gleichen Stelle wieder Wo wir verreckt sind Und äh Naja ich hoffe euch hat das irgendwie trotzdem gefallen So Ich klicke mich aus Bis dann Tschüss Tschüss